Kinderbücher übers Mittelalter, wen interessiert das? Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Arnof das Schandmal auf KWOW.TV und neben den Kindern interessiert das auch viele Erwachsene. Ja, Kinderbücher. Kinderbücher haben heutzutage eine sehr hohe Qualität. Es ist ziemlich schwierig natürlich die Qualität eines Kinderbuchs abschätzen zu können, wenn man selbst keine Ahnung hat. Ich habe schon ein bisschen Ahnung, 30 Jahre Mittelalter, ist klar, und es gibt natürlich immer noch Wikingerbücher für Kinder, wo die Leute mit Hörnerhelmen rumlaufen, aber es gibt dann bis hin zu Ritterbüchern, wo es von Rüstungen Explosionszeichnungen gibt, wo ich einfach wunderschöne Fotos von diversen Alltagsgegenständen sehe, die ich höchstens im Museum mal zu sehen bekomme und da nicht mal sicher, wohingegen wissenschaftliche Werke super toll sind, aber sehr oft einfach sehr viel Text und wenig Bilder haben und die oft nur in Schwarz-Weiß. Es gibt natürlich dann noch die Ausstellungskataloge, aber eigentlich wollte ich jetzt bei den Kinderbüchern bleiben. Kinderbücher für Mittelalterinteressierte sind in vielen Bereichen gar nicht so schlecht. Erstmal zum Allgemeinen sich informieren. Man muss ja gar nicht mal erstmal mit den großen Geschichtswerken anfangen. Ich finde, Kinderbücher bringen da schon einiges. Es ist allein schon eben, wie gesagt, die Abbildungen, Kurzinformationen, die natürlich nur an der Oberfläche kratzen, wie die meisten Videos hier in diesem Kanal auch, weil um in die Tiefe zu gehen, muss man erstmal wissen, wo ich überhaupt in die Tiefe gehen will. Und dann habe ich eben manche Abbildungen wirklich bis jetzt nur in Kinderbüchern gesehen und noch nicht wirklich anderswo. So gesehen bin ich also der Verfechter des guten Mittelalterkinderbuchs. Wenn ihr Interesse daran habt, weil ihr vielleicht selber Kinder habt und vielleicht überlegt, welche Kinderbücher wären denn dann eigentlich dafür geeignet und so weiter, mache ich gerne eine Buchvorstellungsreihe zum Thema Kinderbücher. Aber schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr selber einfach begeistert seid von diesen Mittelalter thematisierten Kinderbüchern, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Ihr wisst ja, Daumen rauf, Daumen runter. Oder den Rest kennt ihr, wo es abonnieren geht, wisst ihr auch, steht ja drauf. Also verabschiede ich mich mit den Worten. Ich verabschiede mich. Tschüss, euer Arnulf.